Der Fischer Yates Shuffle ist ein Algorithmus, der beschreibt, wie wir eine Folge von Dingen neu mischen können. Als Beispiel habe ich hier auf dem Tisch eine Folge von Karten liegen. Der Algorithmus ist schnell erklärt. Wir haben einen Zeiger, der wird jetzt von Dings nach rechts durchwandern, eine Position nach der nächsten. Und mein Stift hier, der ist ein zweiter Zeiger, der wählt zufällig eine Position aus, die entweder am ersten Zeiger liegt oder rechts davon. Und dann werden wir die Karten tauschen, die von diesen zwei Positionen angezeigt werden. Wir fangen mal an. Erste Position ganz links geht es los. Und jetzt zufällig wählen wir von hier nach da, wir müssen eigentlich einen Würfel dafür dünnen, nehmen wir mal an diese Karte aus. Jetzt werden diese zwei Karten getauscht. Unsere erste Operation, die etwas zufällig verändert hat. Dann gehen wir an diese Position, drücken weiter. Zufällig wählen wir von hier bis da aus, nehmen wir an, hier beim König. Dann werden die zwei getauscht. Nächste Position mit unserem Orangenzeiger auf die Dame. Zufällig wählen wir was aus. Nehmen wir an, das bleibt hier auf dieser Stelle. Dann bleibt die Karte natürlich dort liegen. Es gibt keinen Tausch. Es geht weiter. Zufällig von hier nach dort. Nehmen wir an, beim Ass wird wieder getauscht. Und letzte Position, der Zeiger könnte hier wieder, nehmen wir an, zufällig bleibt er hier liegen. Der Bauer bleibt an seiner Position. Dort brauchen wir den Zeiger nicht mehr hinzubewegen. Weil er nach rechts, das würde nur so oder so die Karte liegen bleiben an dieser Stelle. Jetzt wollen wir dieses Beispiel übertragen in Processing & Code. Die Folge der Karten werden wir abbilden durch ein Array. Ein Array fängt an mit, Sie erinnern sich, der Position 0 zu zählen. Also die erste Karte ist an der Position 0. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf dem Tisch liegt die Anzahl von sechs Karten. Aber die Positionen sind 0 bis 5. Unser Zeiger, der hier lang ging, das ist I. Und der liegt genau zwischen 0, einschließlich, bis zur Anzahl der Karten, aber kleiner. Das heißt, die 6 ist ja selber nicht mehr drin, weil Sie erinnern sich, die 5 ist die Position. Also zwischen 0 und 5 liegt der Wert für I. Und den zeigen wir dann hoch. Das können wir durch eine Vorschleife realisieren. Unser anderer Zufallszeiger, ups, ich nehme jetzt mal einen anderen Stift, den ich hier gerade habe. Den nennen wir J. Und das ist ein Zufallswert, der abhängt von unserem I. Genau an der Stelle geht er los. Und wieder Anzahl in Processing ist die Random-Funktion eine Zufallzahl, eine Float, also eine Gleitkommazahl, die von I einschließlich bis Anzahl geht. Aber Anzahl selber kommt als Zahl nicht mehr vor. Darum, Anzahl war 6, die höchste Zahl wäre also 5,99. Wenn wir daraus noch ein Integer machen, läuft das also I ganzzahlig hoch bis maximal 5. Das ist also immer unser rechtes, oberes Ende. Das ist J. Gleich schauen wir uns das mal im Processing an. Und Sie werden diese Bausteine, das Array, den Zähler I, den Zeiger I, der dann als Zähler hochwandert, in der Vorschleife, J die Zufallzuweisung und das Tauschen, das werden wir auch noch realisieren. Und dann ist der beschriebene Algorithmus fast 1 zu 1 direkt umsetzbar. Jetzt sehen wir den Fischer-Yates-Shuffle in Processing implementiert. Wenn Sie mögen, hier ist die Webseite, wo Sie den Algorithmus nachlesen können. Im Hintergrund ist die Wikipedia-Seite offen, die Ihnen den Algorithmus auch nochmal sehr schön erklärt. Wir haben jetzt ein Array von Integer. Weil wir keine Spielkarten hier im Processing haben, haben wir das vereinfacht. Einfach eine Folge von Zahlen. Damit es einfacher ist, nachzuvollziehen und wir auch gleich den Sortiervorgang besser beobachten können, habe ich einfach die natürlichen Zahlen von 1 bis 9 genommen. Denken Sie nur daran, dass Array, das hier Items heißt, läuft wieder von 0, 1, 2, also der Zeiger, den wir gleich haben. Die Implementierung von Shufflen ist völlig naheliegend an dem dran, was wir eben besprochen haben mit den Spielkarten. Hier ist das Array nochmal, also A steht für das Array, ist eine Folge von Integern. Dann brauchen wir hier die Hilfsvariable TMP, die erklärt sich gleich, und J, das haben Sie schon eben kennengelernt. Und I ist unser Zeiger, der orange Zeiger von eben, der von 0 durchläuft bis A Länge, die Anzahl der Elemente. I plus plus, immer eins hochgezählt, hier ist der Rumpf, der hier beginnt, bis dort unten. Das J, haben wir eben auch schon besprochen, ist eine Zufallszahl von I bis zum Ende. Das letzte Karten-Element, der Zeiger da drauf. Sie denken dran, A Längs ist nicht mehr drin, darum ist es die letzte Position. Und daraus machen wir ein Integer. Und die nächsten drei Zeilen tauschen die Karten. Also in dem Fall natürlich tauschen die zwei Zahlen an den Position I und an der Position J. Und für den Tauschvorgang braucht man eine Hilfsvariable, eine temporäre Variable, darum TMP, wo man den Wert eben zwischenspeichert, um ihn zu erhalten, weil wir ja AI auf den Wert von AJ setzen und temporär auf AI zugreifen müssen, den wir ja gerade eben überschrieben haben. Und hier so. Hier unten mit Setup rufen wir das mal beispielhaft auf. Play. Wir drucken die Folge der Zahlen und machen eine kleine Leerzeile. Dann machen wir das Shuffling auf den Items und drucken uns das Ganze wieder aus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Position, dort sind die Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 7, und so weiter. Und hier sehen Sie in der erfolgreichen Schaffel 0 bis 8 und die Zahlen. Es wäre schön, wenn wir dem Programm zuschauen könnten beim Rechnen. Und das geht tatsächlich. Wenn Sie den Debugger aktivieren, bekommen Sie angezeigt hier alle möglichen Variablen, die im Programm verwendet werden, und setzen Sie hier auf diese Zeile einen sogenannten Breakpoint. Dann wird die Ausführung dort angehalten. Wir machen jetzt Play. Unser Programm läuft genau bis zu dieser Stelle. Das schiebe ich mal gerade ein bisschen zur Seite. Läuft genau bis zu dieser Stelle. Und gucken Sie mal hier rechts. Es ist leider vom Zeichen von klein. Man kann das nicht größer machen. Hier sehen Sie A. Die Position 0, 1 und so weiter bis 8. Und da die Werte. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter, das ist der Einzelschrittmodus, dann kommt I ins Spiel. Sehen Sie es hier drüben rechts. I ist auf 0. Das ist also gerade unser Zeiger. Und nächster Schritt wird uns J setzen. Zufällig wurde die 4 ausgewählt. Das heißt also, wir werden jetzt einen Tausch machen von 0 und 4. Die 5 wird also hier hin wandern nach oben und die 1 an diese Stelle. Wieder ein paar Schritte. Wir haben diesen Tauschvorgang. Und was tatsächlich passiert? 5 und hier die 1 haben sich getauscht. Noch sind die Werte gültig. Nächster Einzelschritt. So, I ist wieder hochgezählt. J wird gesetzt werden auf 4. Wieder zufälligerweise 4. Und wir haben wieder den Tausch. Und dann geht es in die nächste Iteration. Das sind also noch als kleinen Tipp, wenn Sie einen Algorithmus mal verstehen möchten, was der im Detail tut. Sie können jederzeit mithilfe des Debuggers arbeiten und sich das Rechenergebnis anschauen. Und dann geht es sie�. Und dann geht es um einen Kost lokaler�, und dann geht es um das Bögen. Und dann geht es um 2�. Und dann geht es eh nach unten. F testifiedesti Thanks. Vielen Dank.